Ich hab immer Pech bei sowas. Immer Pech. Nein, aber stabiler. OOOOOOOH! Okay! Oh mein Gott! Ich küsse eure Augenbrauen! Wie gut sind diese Picks? Diesen Coin wird man nicht toppen können, aber ab 1 Billion Coins wird ein World-Mater spielbar. Das ist schon mega. 3, 2, 1 und... OOOOOOOH! Ne! Jetzt ist Game Ruber! Jetzt ist Game Ruber! Jetzt! Nein, 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 nein! Und Pepe? Was macht er da? Boah, wie macht er denn rein? Das war so schlecht gemacht eigentlich. Ich wollte das alles auch gar nicht so für das Ballrolle machen und so. Ich glaub, der macht nicht. Schon wieder geht der Ball zu ihm an. Komm, hör auf. Er ruft. Nur weil er so ein Pay-to-Win-Team hat. Er ruft. Er ruft. Der Ball geht wieder zu ihm. Und... Boah, Casillas super, Junge. Ach nee. Da hält Casillas so einen Ball und dann kriegst du so ein Gegentor. Komm, gute Nationalität. Brasilien, super, super. Nein! 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 Was?! Ich hab Drachenkrier gezogen! Boah! Ecke, komm! Nochmal! Steige nochmal! Let's go! Komm! Ja! Wirklich? 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 Leute? Nein, nein, nein! Das kann nicht wahr sein! Das kann einfach... Bitte, bitte, bitte! Es kann nicht wahr sein! Tega, Cruyff! Dass der Erste schon wieder nicht reingeht, ne? Und jetzt Kontertor. Ich hasse dieses Spiel. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Ist das Ferdinand? Ne, wie ist das? Das ist gut! So kriegst du den FIFA-Tore. Und dann sollte man irgendwer noch mal erklären, ich soll besser spielen oder mich konzentrieren oder keine Ahnung. Oh, fuck! Gehnt's euch, Alter! Also, Bro, du gehst nach dem Spiel auf jeden Fall mal zum Arzt, weil ich glaube, der Schüter ist ausgekippt. Ja. Ja. Oh, ein Future Star! Aber... Ah, nee, ich bin so dumm, Alter, das ist der R. Ja. Oh, ho, 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 ho! Ja, ho, 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 ho! Was? Was? Oh, mein Gott! Es ist kein Elfmeter! Alles klar, ich hab alles gesehen, ihr Spots. Er grätscht komplett Mbappé von hinten um. In echt hat Mbappé sich alles gebrochen, was geht. Und es ist kein Elfmeter, okay. Eiken, Eiken, Eiken! Oh, äh! Oh, mein Gott! Was war das für eine Parade? Aber das... Seht ihr, was hier passiert, Mann? Hä? Aber wir wären nicht Backbäder, wenn wir nicht Backbäder wären, Freunde. Die Gegner, die Gegner mental brechen. Paul Labile Pogba. So geil. Wenn ich einmal diese spanische Flagge sehe, dann wünsche ich das Spiel. Ich sag euch, ich bin raus aus der Nummer. So, ich löchte das Spiel. Ich hab's gerade. Leo! Hurra! Noch nie sowas gesehen, Bruder! Hä, ich hab doch Schuss gedrückt, du Idiot! Ey, ich hab doch Pass gedrückt, du Idiot! Der Mann ist einfach ein, ähm... Wie soll ich es anders beschreiben? Ein Haufen Scheiße. Und weil ein Haufen Scheiße ist und ich keinen Bock hab, ihn in einem Team zu haben, zack, bumm, bang, haust du rein. Ja, weg mit euch! Und es geht mir gut. Und ich hab den Schmutt beseitigst. Höh, Liga! Hä, was ist mit dem Ball los? Habt ihr erst gesehen? Auf einmal nimmt der Speed auf. Oder KK? Ja! Nee, es ist Rivaldo. Scheiße! Doch! Nein, Rivaldo. Nee, Rivaldo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aua! Er hat den Ball, gute Aktion. Wow! das lohnt sich immer aber du weißt halt selber die 200k sind halt wahrscheinlich weg denn dem musst du dir bewusst sein also das ist ganz klar also lohnt sich nie das lohnt sich immer aber lohnt sich nie einfach ein bild davon machen dass sie die freundschaft war gesendet habe also was das wäre mein torjugel leute zum glück könnten hier leute nur still zu und gar nicht aufs bild weil sie nebenbei zocken die haben gar nicht gesehen was jetzt gemacht habe danke bruder wuff wuff da ja Ha 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 ha!